Wir laden auf jeden Fall sehr oft Freunde ein. Wir essen dann hier in dem Raum, in dem wir auch später immer Filme gucken. Also alles in einem Film in einem Raum statt und da sind wir auch meistens den ganzen Abend. Also gerade bei kleinen Räumen, wo man mehrere Funktionen drin hat, ist es ganz, ganz wichtig, dass man durch das Licht den Raum definiert. Mein Gott! Wow! Mein Gott!